Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausmusik online. Mein Name ist Stefan Büchner und heute möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie so ein Clip bei mir zu Hause entsteht. An dieser Stelle noch einmal einen großen Applaus an meine Kollegen für ihre tollen Ideen, für eure wunderbaren Einfälle und deren Umsetzung. Denn hinter so einem Clip steckt meistens eine Menge Arbeit. Um meiner Familie weiteres Leid zu ersparen, nehme ich davon Abstand, Paul Hintemitz Sonate für Viola allein Opus 25 Nummer 1 aufzunehmen. Unter Auflagen habe ich aus den 12 Fantasien für Violine ohne Bass von Georg Philipp Telemann den ersten Satz der vierten Fantasie eingespielt. deriejten Fantasie eingeführt hat. Die beiden, die beiden, die zwei und die zwei. Der erste Mal in der Letzten, der wird den ersten Satz der vierten Fantasie eingeführt. Die beiden, die zwei, die zwei, die zwei, die zwei, die zwei, die drei, die drei. . . . . . . . . . An dieser Stelle einen großen Dank an meine Familie für ihre Opferbereitschaft. Ich denke, das nächste Mal wird es wieder etwas Musikalisches mit dem Klavier geben. Bleiben Sie gesund und vielen Dank. Vielen Dank.